vor das ist ein zeit bleiben wir stehen und warten kurz hinknien vereilung sepa kommt da hinten und es geht direkt weiter ab in den graben jungs er kann das feuer wieder wenn ihr wollt aber denkt daran dass die möglichkeit ich hoffe dass er stirbt bei WU-WU-Kunden bis hier weiter bis hier bis hier bis hier Da ist alles frei Vorrücken in den Tunnel Frenzschi, du stehst im Weg Was ich sch... Das ist totaler Todespunkt. Der Tunnel ist ein totaler Todespunkt. Ihr dürft den Tunnel nicht stehenbleiben, ihr müsst direkt vorrücken, sonst stirbt da jeder. Franchi, jetzt brauchst du eigentlich keinen Sinn da mehr zu nehmen, ne? Ich brauche in den Graben, Franchi. Ich glaube, der Tunnel ist ein Blödsinn. Ah, der Tunnel ist Todespunkt. Die können wir später benutzen, wenn wir bereit sind zuvor. Ich schalte nicht auf den Rest von unseren Leuten. Da ist der Todespunkt, der Tunnel. Ah, Team Justinon. Klambe vorne im Graben. Da ist der sicherste Punkt. Auf der rechten Flanke. Auf der rechten Flanke. Ach, das ist jetzt geil. Ich habe auf der guidsel Flanke. Hasta получится. Das wird Viare. Du bist auf der Lecher her. Und wir trenzen Hund gleich. Asaugierad. Gefällt es Ihnen nicht. Heu, wie die Seele ich Au, low. sind jetzt alle da? ja einmal nachladen, Schüsse drin behalten habt ihr nachgeladen? vorwärts, kommt laufen 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 ja 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 Die Flucht! 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 Welche Einheit sind wir? Ja, dann bist du ja. Also Frankreich? Ja. Die Flucht! Die Flucht! Das fünfte ist groß! Die Flucht! Das fünfte ist groß! Das fünfte ist sogar sehr groß! Das fünfte ist sogar sehr groß! Ja. Die Sphänen gehört alle! Das war's für heute. So, was Schuss drin faltet? Jetzt müssen wir den Anderen unterstützen. Ich bin nur Schritt vor Heizenmarsch. HALO BATTEN! HALO BATTEN! HALO BATTEN! HALO BATTEN! HALO BATTEN! HALO BATTEN! Wird es zu Waldeshaus? Ja! Ich bin der Konkurrenten drin. Ich höre sie mir in der Neulklager. Wir müssen... ...müssen wir die Leiter aufstellen. ... ich hab das gefühl die fünfte läuft rein stirbt und ist genauso groß wie vorher wieder da hinter euch komm her Ja, Mann. verliebt dieser Patrie fach seit wann existiert das Fünfte? sehr lange zu riesig Was ist? Was ist da? Er ist gar nicht runtergefallen, oder? Er ist gesprungen Oh mein Gott Er ist gesprungen, oder? Er ist gesprungen, oder? Er ist gesprungen, oder? Das sind unsere Steuermänner. Das war ein Schuss, ja? Ja. Wird er hin? Wird er hin? Ich weiß es nicht. Schützmeier möchte ich hier hoch. Hat wer eine 3er-Vester? Oh, 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 Huhn, wir sind sowas vom Tod. Nein! Ah, zum Glück. Nein. Ich hab jetzt keinen Schuss. Ich hab jetzt keine Schuss. Ich hab jetzt keine Schuss. Ich hab jetzt keine Schuss. Oh, Mann. Das fünfte Alter, die sind so riesig. Wow. Ja, Truck. Fucken will gelernt sein. Ich muss euch vor euch verlassen. Alles klar. Ciao. Tschüss. Adio. So, Truck, ich nehme mal den Aufzug, ne? Welchen Aufzug? Wo bist denn du gerade? Ich bin am Tor. Guck mal hinter dir. Absch. Volk. Fling! Fling! Wauwisch. Sind wir da? Achtung! 2 Leute Das fünfte gewinnt halt einfach nur durch Masse Ja Alter Man respawnet halt einfach eine riesige Armee Hättest mal gucken müssen, dass die ihre drei Glieder gemacht haben Ja, ich war ja leider noch unmittelbar, das Spiel besprochen Das war echt geil Vor allen Dingen das fünfte, ne Laufen auf die Mauer zu, Kanonkuchen steckt ein, sie verlieren 10 Mann, kein Problem, wir erinnern doch 30 So ungefähr läuft das bei denen, ja Aber die können ja auch scheinbar keine Linie wählen Natürlich, ich bin der einzige bei dieser riesen Linie, ist klar Aber ganz ehrlich, ich würde so eine Linie niemals haben wollen So ein großes Regiment Ich hab mir vor wie der TeamSpeak von denen voll ist, Alter Warum geht's denn? Es geht mir einfach darum, dass ich mich im Regiment um jeden kümmern will So gut wie es geht Und ich kann nicht auf die Wünsche des Einzelnen eingehen, wenn das so eine riesige Masse ist Wir sind Offizier Äh, trage die Bäumchen nach rechts Wir müssen die untere Stadtnummer sichern Die untere Stadt ist nicht mehr gesichert, Jungs Sichert die untere Stadt, wenn ihr hier unten drin seid Alter, wollt ihr dich verarschen? Wir haben übrigens nur noch 2 Minuten, ne Was ist das denn? Ich bin enttäuscht Ich bin gespawnded als 5, der hatte keine riesen, ne Ja, die sind, äh, die Nachrichten schon wieder los Habe ich aber bei denen eingegliedert Die schießen schon ins Camp, Alter Da wo wir uns versammelt Das ist ein KGM Rein da, los! Darf man sich, äh, ab dem V trennen von der Mannschaft? Natürlich Ehe ich auch, wenn hier einer weggeht, Alter Kämpft um die Fahne, los! Fuck Das ist ein KGM Der lädt schon wieder seine Waffe nach Und das war er mal Kommt aber grad noch mal ein riesiger Massenansturm Wir müssen jetzt einfach nur bei der Fahne bleiben Da haben wir's gewonnen Ja, die machen aber das gleiche, leider Du musst jetzt aufpassen, wenn ihr in die Stadt reinkommt Von rechts aus der unteren Stadt kommen die ganze Zeit nur mal Feinde Du musst jetzt aufpassen, wenn ihr in die Stadt reinkommt Von rechts aus der unteren Stadt kommen die ganze Zeit nur mal Feinde Ich bin hinter den Haha Wie geil Und jetzt bin ich tot Goddamit Oh, das Fünfte kommt Ja, ich auch mal daneben mit Es waren so viele Leute wie beim fünften Bitsitz Warum laufen die nicht anders hier? Riesengelb, Alter Riesengelb, Alter Riesengelb, Alter Nicht viel Hintere Tor, Oberer Wall Da kommt ein Ansturm Das ist nicht viel Haltes Loch drin Ich geh's lieber auf das Schiff, was da grad erst kommt Weil die Leute sind nur nicht da Der Offizier ist runtergefallen Geil Nicht dein Ernst Was ist das? Wie sieht's an den Frontmauern aus? Ich bin nämlich grad oben drin Drei Löcher, aber sonst es geht Also noch nicht Löcher brauchen Nö Gott Fies, Junge, schief Ah So wasted Ach man Ich glaub das wars Ich glaub das wars Ich geh mal nach 0-0-0 Rechts kommt einer, geht einer lang Unten aufm Steg sitzen noch welche Da kommen noch welche Da kommen noch welche Auf der rechten Seite Einer zumindest Äh, guck mal nach links Seht ihr die da an der Mauer? Da Hier unten Oder seid ihr das überhaupt da? Hey Wir waren ja in der Mauer sind aber schon weg Alles gut Die Mauer werden weniger Die Mauer werden weniger Die Mauer werden weniger Eine Mauer ist gefallen auf jeden Fall Die Mauer sind ja nicht Einer Die Mauer sind nicht Aber ich habe nicht mal gezielt Oh Die funktionieren eigentlich die Medics Ich verstehe es nicht Ich habe die mal ausprobiert Aber immer wenn ich auf die Leute mit den Bandagen geschlagen habe Da haben die sich nicht geheilt Beziehungsweise wurden nicht geheilt Kommt drauf an wie weit du ähm Da entspricht jetzt schon Da vorgestoßen bist Das war der Mauer links brechen sie durch Im Towerhaus sind welche Towerhaus meinst du Hm? Towerhaus meinst du Ja ja habe ich gesagt Oder nicht? Ja ja habe ich gesagt Ich bin im Towerhaus In der Mitte brechen sie durch Ja bitte raus rufen Jetzt stehst du Jetzt stehst du Die Boote sind wieder da ne? Und da steht auch einer Da unten steht einer im Wasser Der kommt aber nur drauf Mit der rechten Flanke rückt noch mal eine Linie vor Der kommt noch mal eine Linie vor Das ist doch eine Linie nach hinten vorzurücken Beim hinteren Tor Da zerschlägt einer das Tor, ne? Aber es wird gehalten. Ich hab da draußen gerade aufgeräumt und die zinkeln mich. Der untere Ball ist verloren. Der zweiten Ball greifen sie auch schon an. Hinten passt aber. Oh Mann, was für Sporen. Jetzt schon im oberen Ring drin, die kommen durch das Haus rein. Wir sind bei der Fahne. 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 Oh man. Rechts. Rechts ist nur eine Kuppe schon wieder. Oh man. Save the king! Okay. 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 Weckste Bäumchen. Oh lol, da ist ja jemand. Achtung! Was? Jetzt wird's gefährlich. Hm. Er war nur Chaos. Bei dem. Aber ich hab's geschafft ein ganzes Magazin zu verschießen. Ja. Oh oh, falsch. So kacke, wenn du mitten in denen drin spawnt. Ja. Ja. Ich hab jetzt ein Leben verloren, weil ich direkt neben dem gespawnt bin. Ich bin direkt in dem Zepper drin gespawnt. Ich bin direkt in dem Zepper drin gespawnt. Der gerade aufgehoben hatte mit der Achsen wie mit anderen anzugreifen. Warum sieht der zu viel? Das gibt's ja nicht. Es ist lächerlich. Futter drin schlafen. Gut, Senf man. Hm. Gut, Senf man. Gut, Senf man. Oh, Mann. Jetzt bin ich klaut. Warte mal. Ich bin jetzt komplett tot. Einige von unseren Leuten fahren mit einem Boot und flanken die jetzt. Lauter Musiker. Das ist Second Test. Ja, warum das? Ja, okay. Das war der Run. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. What the fuck?